so ja heute wird leider kein Video von Minecraft kommen höchstwahrscheinlich weil mir die Aufnahme abhanden gekommen sind versuch sie alle wiederherzustellen aber sie sind bis jetzt halt noch nicht da wieder und ich muss auch nebenbei noch ein PC fertig basteln also heute keine Aufnahme von Minecraft kommt morgen kommt dafür dann zwei verspreche ich euch ciao